Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Ghosts mal wieder online, äh online, ja online wäre gar nicht mehr so verkehrt, aber da ist ein Hund, ok danke schon, mal wieder live, da kommen auch noch welche, der wurde gerade eben von der Seite zumindest abknallt, aber da vorne scheint es da auch nicht so ganz ohne zu sein. Oh mein Gott, Granate, du stirbst, mein Freundchen, ich glaube da kommt auch gleich einer, deswegen gehe ich mal so rum raus, wir haben ihn geschützt, oh Gott. Ja, oh Mann, backt doch nicht schon wieder. Von da kommt einer. Na, wo ist noch einer? Ich habe ein bisschen Angst, hätte ich gesagt. Ah, danke schön Hund. Ich komme doch gerne von da unten. Ich camp jetzt ein bisschen. Ist eh ein Camper-Spiel. Da muss man auch campen, nein, kein Beispiel. Putz. Ne, 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 du, Alter, du, du, geht es mir nicht so leicht. Oh, Hundekampf. Alter. Mein Hund hat gewonnen. Ich liebe dich, Hund. Ich habe dich gut erzogen, Hund. Und jetzt beschütze mich weiter. Hund? Oh, schade, okay. Naja. Hundefight haben wir gewonnen, das ist immer gut. Junge, Junge, hast du vorbeigeschossen. Und da hinten können da einer hochkommen. Dachte ich mir doch. Oh mein Gott, das Geschütz. Verbindete Satcom aktiv. Bravo wird gesichert. Okay. Naja, egal. Kann ich auch gleich mein Handy mal endlich rufen. Hoppala. Jetzt kann ich weiter mal. Natürlich, Alter. Als ob er das wusste quasi. Als ob er das wusste. Feindliches Satcom gesichtet. Da hinten war einer. Da auch. Ne, 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 du. Wow. Alter, da ist ja noch einer. Ich kacke ihn. Verbindete Satcom aktiv. Ach, die Geschütze kann man nicht flashen. Sie haben die Satcom zerstört. Wie bitte? Du stirbst. Oh mein Gott. Okay, da scheint... Hacker drin sein. War das der vielleicht? Revenge. Okay, das war der sogar. Alter. 5311. Wenn er mich noch einmal so... ...so komisch weg holt, dann glaube ich wirklich, dass er... ...bisschen anhat, zumal... ...grad eben kamen Schüsse durch die Wand durch. Einmal mal. Boah, super, dass du in meine Flash reinläufst. Ey, du Moslem, Alter. Ey, ja, du wirst... ...der andere kommt der Problem nur vorbei. Ich natürlich wieder nicht. Na, ein kleiner Freund. Oh lol, war das der vielleicht? Das war der sogar. Ja, doch, der hat an. Ich habe, glaube ich, falsch geschrieben, oder? Ne. Ja, doch. Oh man, jetzt... Der Typ hat eindeutig an, das können die mir nicht... ...zählen. Und, war das der wieder? Ne. Geht doch. Ah, das war sogar der Hacker. Oh, das war der Hacker, aber... Na doch, der... ...der ist ja gar nicht reingekommen. Ich war irgendwie übel schnell weg. Da, das... ...das war der jetzt aber wirklich. Ich habe es gesehen an seinen Bewegungen. Oh. Moin. Sie haben die Satcom zerstört. Achtung, feindliche Vorwerte. Verbündete Satcom aktiv. Wir verlieren diesen Kampf. Und zwar, das ist der Hacker. Nein. Den reporten... Oh man! Alter, ich spawne und bin sofort. Da ist eine scheiß Schüssen drin, man. Das war ein Gegner. Ich bin direkt vor einem Gegner gespawnt. Oh man! Na, ich kann es kaum erwarten, bis einer da auftaucht. Da war ja schon der Erste. Und? Hacker? Ja. Wer war das? Okay. Feindliche Satcom gesichtet. Und das war aber der Hacker. Ich habe es doch gesehen. Genau. Auffälliger da hinschauen kann man nicht, oder? Ob das Zufall ist. Genau. Jedes Mal ein Zufall. Komisch, weil es sagt auch das ganze Lobby, dass er hackt. Betten, er lief gleich, dass man den nicht reporten kann. Das muss nicht schnell sein. Das muss nicht schnell sein. Komm, mach doch schneller. Komm. So, ich bin noch auf sein Profil gekommen, hoffentlich. Ja. Spieler melden. Cheater. So, damit würde ich es sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Also, Hauterigen.